Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, hallo und ganz herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Mein Name ist Jörg Scherer. Ich werde Sie in die Welt der Charts entführen und charttechnisch unter den Nägeln brennt derzeit die amerikanischen Aktienindizes. Vielleicht zunächst noch mal zur grundsätzlichen Einordnung. In der letzten Woche ist was ganz Bemerkenswertes passiert. Der Dow Jones hat die Nulllinie passiert und zwar von oben nach unten. Wir notieren also unter Wasser im bisherigen Jahresverlauf 2023. Der gute Jahresauftakt zumindest gesprochen für den Dow Jones. Er ist verpufft und von der Kursentwicklung des ersten Quartals ist nicht mehr viel übrig oder gar nichts mehr übrig. Beim S&P 500 sieht das Gott sei Dank noch ein bisschen anders aus. Da ist die Lage nicht ganz so dramatisch. Ist ja auch ein bisschen breiter aufgestellt als Auswahlindex. Da ist immerhin noch ein Kursplus von knapp 10% über. Aber auch da ist nicht alles eitel Sonnenschein. Wenn man nämlich nur die letzten drei Monate betrachtet, dann sind auch da die amerikanischen Standardwerte, konkret der S&P 500, 7% unter Wasser. Und auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, wenn es noch Pluszeichen an den internationalen Aktienmärkten gibt, dann stammen die in allererster Linie aus der guten Kursentwicklung vom Jahresbeginn. Und danach schlagen die Aktienmärkte doch eine deutlich ruhigere Gangart an. So, was ist jetzt charttechnisch wichtig? Was muss man zum S&P 500 charttechnisch wissen? In allererster Linie würden wir gerne eine Marke, eine absolute Kernunterstützung aus unserer Sicht in euer Stammbuch notieren und einbrennen. Und das ist die Marke von 4200 Punkten im S&P 500. Zuvor haben wir bereits den Erholungstrend seit Herbst vergangenen Jahres, seit Oktober 2022 endgültig zu den Akten gelegt und gebrochen. Also es gab auch beim S&P 500, ich habe es in der Anmoderation gesagt, zuletzt das ein oder andere negative charttechnische Signal. Woraus ergibt sich die Bedeutung der Schlüsselzone 4200 Punkte? In allererster Linie, und das springt dann jedem Techniker sofort ins Auge, ist es die 200-Tageslinie 4.235 Zähler. Aber es ist nur der Ausgangspunkt zu einer wirklich breit gefassten Haltezone, die sich dann auch noch aus diversen Hoch- und Tiefpunkten, also horizontalen Unterstützung bei rund 4200 Punkten speist. Und last but not least als drittes in dieser Kumulationszone zu nennen, die 38,2% Korrektur bezogen auf die gesamte Aufwärtsbewegung des letzten Jahres. Also nochmal die Aufwärtsbewegung seit Oktober. Davon das Retracement 38,2% und das ergibt dann eine Marke von 4181 Punkten. In der Summe ballt es sich sozusagen bei 4200 Punkten. Deswegen haben wir das auch als absolute Kernhaltezone tituliert. Und diese Bastion gilt es unbedingt zu verteidigen. Denn wenn das nicht gelingen sollte, dann wäre gleichzeitig auch die vorangegangene strategische Bodenbildung im S&P 500 negiert. Und das wäre dann auch charttechnisch nochmal ein ganz anderer Schlag ins Kontor. Also wichtiges Risikolevel 4200 Punkte. Ich glaube, darauf sind wir jetzt hinreichend eingegangen. Wer von euch im Bullenlager verortet ist, was müsste im Umkehrschluss passieren, um vielleicht doch nochmal so einen leisen Hoffnungsschimmer in Sachen Jahresendrallye verschwenden zu können, verschwenden zu dürfen. Ja, erstes Entspannungssignal aus charttechnischer Sicht. Ganz klar, wenn es gelingen sollte, die 200-Tageslinie zurückzuerobern. Zur Erinnerung 4.235 Punkte. Und ja, eine andere Hausnummer im Sinne eines charttechnischen Befreiungsschlages. Das wäre ganz klar, wenn es gelingen würde, die Marke von 4300 Punkten zurückzuerobern. Der Vollständigkeit halber ist im Moment eher Zukunftsdenken. Ich will nicht sagen Wunschdenken, aber das sind die Marken, die die Bullen an der Stelle tatsächlich zurückerobern müssen, um nochmal den Grundstein zu legen in Sachen Jahresendrallye. Soviel zur charttechnischen Lage beim S&P 500. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Aktuell laufen mal wieder die Zertifikate Awards Abstimmung noch möglich bis zum 30.10. Wenn ihr also unsere Videoformate mögt, wenn ihr unsere Webinare gut findet oder wenn ihr sagt, das Daily Trading ist ein cooler Newsletter, dann freuen wir uns natürlich logischerweise über eure Stimme bei den diesjährigen Zertifikate Awards 2023. Und vorab schon mal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Letzter Hinweis, aktuell wirklich geht es ein bisschen ruppig an den Märkten zu. Gutes Timing also. Morgen Mittwoch 12.30 Uhr habe ich nochmal ein Online-Seminar mit noch viel mehr spannenden Charts. Nicht nur die amerikanischen Märkte, sondern Daily Trading Live, wo wir gemeinsam die spannendsten Charts analysieren, werden auch dazu eine ganz herzliche Einladung. So und das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Viel Erfolg bei euren eigenen Trading Aktivitäten und Tschüss hier aus Düsseldorf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.